Der Pfalzbau in Ludwigshafen ist das gesellschaftliche und kulturelle Zentrum unserer Stadt. Leider mussten wir vor zwei Jahren feststellen, dass gravierende Sicherheitsmängel demnächst die Nutzung unmöglich gemacht hätten und deshalb hat sich der Stadtrat entschieden zu einer umfassenden Renovierung, die einerseits diese Mängel abstellt und andererseits wirklich dieses Haus ganz neu in der Metropolregion positionieren hilft. Die Besonderheit des Pfalzbaus ist, dass er drei Sparten unter einem Dach vereinigt. Einmal Theater, andererseits Kongresszentrum und zum Schluss natürlich auch das gesellschaftliche Zentrum der Stadt, wo Bälle stattfinden, Fastnachtsveranstaltungen und dergleichen mehr. Diese Position wollen wir nutzen, um für den Pfalzbau zu werben, damit möglichst viele Menschen in die Stadt, in das Haus kommen. Am Ende jetzt, wenn er wieder eröffnet wird, steht unserem Intendanten im Pfalzbau, Hans-Günter Heime, eine ganz moderne Spielstätte zur Verfügung und andererseits haben wir ein Kongresszentrum, was hoch attraktiv ist in der Region. Dafür arbeiten wir mit der M-Kom zusammen, davon erhoffen wir uns große Erfolge auch im Kongressbereich. Ich freue mich sehr auf die Wiedereröffnung des ganz neu gestalteten Pfalzbaus und wünsche ihm viele Besucher. Anhaltende Pfalzbocken Anhaltende Pfalzbocken